So, da kommst du da rein. Du bist ja schon da drin. Tippschläge, weißt du. Mach mal ein normales Schmuck. Mach mal ein Team. Mach mal ein Team. Ein Schmuck da rein. Ein Schmuck da rein. Hörst du jetzt auf oder was? Nein, schmuckst du immer da jetzt hierher. Ich will mich nicht auf. Ich will nicht auf. Ich will nicht auf. Na, ciao. Waitin for ever again von in the untertitel. Puh, hier will ich mich. Was war das? Ja, ist das eine Dumpf. Ja! Kannst du mich mal an den Druck bauen? Ich glaube nicht, bitte gleich. Einfach ein Stück. Jetzt geht der Oben. Ich will schon wieder. Ja, dann putzen sie! Aber wurde selber gespielt, oder? Nein! Jetzt hast du mich gestückt. Du hast ja noch eine Ere-Rocke. Die habe ich schon mit der Ere-Rocke gehabt. Stürzt du doch nicht genug? Nein! Hast du eine Handy gehört drin? Nein! Weil du mir gerade schon gedacht hast. Du warst jetzt gerade irgendwie voll. Mit dem Ding auf dich eingeschossen. Und dann noch... Das Ganze auch noch nicht genug. Von hinten! Das war die Gisela! Ja, da stehst du immer noch nicht. Nein, schon noch nicht. Was hält der denn? Da wollen wir jetzt noch mal Karate. Aber du bist nicht da zusammen? Doch! Auf dem... Aber was denn doch bitte? Ne, du bist ja auch immer noch hoch! Achso! Da sind ja vorbeigeschmuggelt. Ja, so schaut's alles. Ich hab schon wieder irgendwelche Leute in der Mitte gehört. Oh, nice! Was? Ne, der andere hat geschossen und hat da das Energie... Äh, er schüttelt und hat dann noch ein Heller gelegt. Ja, aber der... Ist ja... Ist ja... Ist ja... Ist ja halt... Ist ja halt... Ist ja halt... Ein Teamplayer. Ja, genau. Das hast du gehabt. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt bleibt er in der Folge, wo du eigentlich gekommen bist. Und zwar? Und zwar... Der wird jetzt ausfüllen. Hörst du gleich! Warte mal! Warte mal! So lange kurz! Ja! Nein, mach mal kurz stehen! So, wo? Nein! So, ob sie überhaupt haben ist. Geh weg! Geh es mir! Was willst du denn machen? Ich wollte den Sollbleibler über uns nicht rumhehen. Was ist das denn? Der hat ja schon immer gehabt. Die sind doch nicht rum! So, wenn du den so rumholt hast, dann muss ich halt nicht rumholt. Hm, hm. Ja, du bist jetzt das Traxmesser aufnehmen oder was! Was? Ich geh doch nicht rumholt. Ich glaube, es ist noch rum. Du hast schon durchgefahren. Und da nichts daz. Und da ist alles. Da ist eigentlich auch nicht mal. Wirklich. Fui. Bin okay? Hm. Siehst du? Doch, ich bin online so viel corresponding Ist das eigentlich genug Ich bin nicht mehr Es ist super rein Ich bin vorbei Ich bin nicht mehr Wo ist dieser eigentlich mal? Doch, ich bin ein engner Mensch Ich bin nicht mehr Ich werde es in der Schilderung anholen. Schau, 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 schau! Schau! Und was ist denn Picks? Was ist denn Picks? Die ganze Zeit rund an Geld nix! Wow! Alter, Schwierig, wie hat man das jetzt? Ja, jetzt bin ich hinten an, aber weh ein, aber ist unten. Heuternos Rack geschmissen, auch Bossenkarten. Natürlich nicht. Na, scheiße! Ach, da warst du! Erstmal! Irgendwann kämpfe ich immer wie ein Tosnik und ihr macht es immer kaputt. Machen wir die Drecksarbeit. Soll aber auch Nutznäßig. 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 Hier oben. Komm schon, eigentlich. Komm schon, fast. Oh, vielleicht. Oh, leg mal, jetzt kommt der Trombo da, Alter. Warte an! Der ist schon da. Fiks. Zeig mal, da geht noch was. Boah, der Gnarnaten war da. Hahahaha, das ist voll vom Akkertmacht. Der Gnarnaten war da draußen. Wer hat sich vom Akkertmacht? Ich? Bei wo? Ja. Ich krieg mir alles ja auch mit selbst hin. Ich glaub, der Simon war es. Ja, genau. Ja, der Gnarnaten macht ihn nicht zuerst. Er hat so ein Meldrad rein. Hat aber geschlungen, die Grippe. Oh, krass. Oh, krass. Hör. Oh, krass. Ja. Oh, krass. Ja. Ja. Das ist ein Falsch und Knobel. Herr Beidi! Der Wahnsinn, wer es nicht macht. Schilder auf seinem Städler, mal Granatetlein wirft. Ja, die Leute ist schon in Ordnung. Was ist denn jetzt eigentlich geschmissen? Ja, von der Höring. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Nein. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Das ist ganz schön. Ach, nicht zu Hause. Was war denn eigentlich? Ja. Ja, was war denn. Ja, weil du der Hörstel weggeschmissen. Ja. Das kommt richtig. Fix. Ne. Bedeutung? Das ist schon ein bisschen gut. Hey, mal da ist. Ich hab schon so ein bisschen. Scheiße. Ich hab eigentlich nicht geschossen. Ist er noch? Ja, genau. Ja, genau. Deswegen werfen wir auch keine Nachfrage. Wenn ich keinen finde. Ich will nur noch mal. Du Scope! Verrückt doch! Warum ist da mein Granat nicht? Nein, das ist natürlich nütz, das war leiiing! Hast du deine Kummeris? Ja, wenn du das anwescht! Pff, war knapp! Verrückt! Was ist denn du alles? Viele bunte Sachen, die das Leben schöner machen Mit deinem Spiegel und Friedrich Du mit deiner Scheiße! Das sollst du sein an die Oberzahne Das gibts zu nie! Das ist die Spiegel und Friedrich ausgeliefert lass dich mal hinschalten abwürdigten sanigen Geschmack bezahlt ins Weakendfeeling weg weg geh nix ich würde dich begrüßen ja genau ach geil was ich noch sack das schon wieder 800 mal haust du vorbei die Lumpen ja das ist dann fast nicht schlimm ach ganz schnell gerüttelten Sachen ja ja schlau ja mann 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 du bist doch mit deinem kleinen Turm rum und du bist doch noch ein Leben aber was ist denn hinter mir ja weil ich hätte kein Sponpoint schüttelten und ich würde mich auch los sparen fack 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 schlau schlau ja 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 da fack wo ist er jetzt fack 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 hat er das Schwertl wieder ausgepackt das gibt's ja nicht sie hat doch noch Schwert mit ihm gekommen dann kommen wir vor allem mit Schwert ey das machen wir mal dann kommt doch gerne nochmal alles an na gähne ich hab gestuckt ein pfff s pfff im külk warte s warte ja das war ag warte Schmuck! Ach geil! Einmal vorbeigereht am Loch! Einmal vorbeigereht! Wie auch du! Ja und an den Kanten hab ich geschliessen! Wo auch an den Kanten? Ja die Tierkanten halt! Ja ich war da oben an der falschen Tür, ich war ja da da was dann Asse in die Frau, äh Das ist ins Klausel! Wahnsinn! Team Wahnsinn! Hast du ein Lack? Ich bin aber so gut! Ich kann es nicht so gehen! Du bist so gut! Das ist nicht so gut! Ja ich kann nichts machen! Das sieht man schon wieder! Genau! Achso! Team A-Desformation! Team A-Dope! Was ist das als Löschen? Ist das nicht was so egal! Na es ist auch nicht isolierbar, bei dem habt ihr so nicht aufgestaltig! Ja eh also 2 Tieren sind wir schon noch hier! Mit herein geht es nicht? Ja das ist unsere Meinung! Am Ende geht es nicht her! Auf der Era�.